Hallo Leute! Hi guys! Ganz liebe Grüße aus Rio de Janeiro. Das ist der Zuckerhut. Das ist der Zucker-Cane. Hi guys! Grüezi aus Rio de Janeiro. Guess where I am? Das ist Rio. Und... Ta-da-da! Jesus Christ Superstar! Das Herd. Das sind die ganzen Leute hier. Jeder macht Fotos. Das ist ein bisschen eng hier. Hier fährt man mit so einem lustigen Zuko. Da ist ein klein kleiner Train. Und du kannst auf die Mountain mit dem Train kommen. Und dann hast du diese fantastische Sicht. Das ist fantastisch. Und ich dachte mir, Rio ist für mich die Venus-Line. Aber es ist natürlich auch die Jeshua-Energie. Das ist die Männer-Energie, die Herz-Energie, der Healer, der Druid, der Magistin. Die Heil-Energie, der Heil-Energie, der Heil-Energie, der Heil-Energie. Die Heil-Energie, der Heil-Energie. Also ich habe mir so gedacht, dass hier in Rio die männliche Energie ist. Also von Jesus, Jeshua, der Heiler, der Druid, die Magie von Rio. Die Herz-Linie Venus. Wir haben ja auch den Amazonas hier, was ja auch die grüne Energie ist. Die Herz-Chakra-Energie. Was ganz was Besonderes ist. Einfach, ja, mal ganz liebe Grüße aus Rio de Janeiro. Grüße aus Rio de Janeiro. Grüße aus Rio de Janeiro. Auch die Amazonas ist die grüne Herz-Chakra-Energie. Und ich fühle und ich weiß, dass ich hier sehr stark bin. Und was ich hier machen muss, werde ich hier machen. Und manchmal geht es darum, es geht es darum, nicht nur zu denken oder zu planen. Es geht nur, was man will. Big Hug-Greetings, liebe Grüße von Rio de Janeiro.